aus dem grund was hat nicht funktioniert ein overwolf mit dem spiel jetzt bin ich nächstes game jana egal wo ich hin muss und damit hallöchen und herzlich willkommen zum zweiten teil meiner kleinen league of legends highlights in dieser folge war leider nur dennis dabei mit dem daniel habe ich leider keinen vernünftigen termin gefunden deswegen wie gesagt nur er dabei aber trotzdem gab es einige lustige situationen während dem ganzen spiel und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und präsentiere sie euch nun in den nachfolgenden video scheinbar ist ja das letzte video richtig gut angekommen jedenfalls mal von den views her nach zwei tagen schon relativ viele views für meine verhältnisse nach zwei tagen die erreicht wohl der ein oder andere schon nach zehn sekunden aber ich bin da ziemlich froh drüber und deswegen tue ich das einfach mal so fortführen vielen dank für die kleine rückmeldung und ja viel spaß mit dem video bis dann wo der rolle ist der mikrofon richtig vor deinem mund ja bist du leise der wurde also sein bei der fahrgarten gibt die die dreiพie bap-i-dien die die um eine plattform im kapitel Ok, denn es ist ein Pupsgesicht! Gar nöt. Doch! Nee, doch. 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 nach der nach 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 der Schüssel wieder mal an bei den Nippeln abfüllen die es ist schön dass die aufgenommen werden soll was aber auch so untertitel klar behalten was ich hatte es ist gelöblich der Krabbe der B oder E die krepp war die spachter r mit sich was will der dann kann erst mal los der dumme noch mal grab und in den jahr schon zwölf elf neun acht sechs fünf vier drei zwei eins und jetzt läuft die gerade aus ist auch bescheuert die ist unnormal wieder lebt und gerade aus zurück so richtig Lothrecht und so Lothrecht was bei der Orte an der Mitte ein Penis wo sich ein Auffangaben das bringt uns was und ich kann keine SSG du dummer lol krepp 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 I feel easy to cry. The dark should fear me. Deli! Ha 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 ha! Wow! The maxi ist all! User was moved to your channel. Hallo. Hallo. So, Decker, und der Lesbian Porn geht los. Jo, wir wule grad üben, ich habe jetzt plötzlich 0N16. Decker, guck das an, Lesbian Porn, yeah! Die jetzt macht, das macht die Gegnerisch Ari mit Willi, mit Davane Lesbian Porno. Warum kam ich eigentlich noch riesige Sachen und Wurzeln? Willi! Alter, der Kragas! Willi! Willi! Ja? Ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht zerstöre. Also. Beware. Das war's mit der heutigen Runde LOL Highlights. Und ich weiß nicht, warum ich so spreche. Aber ich habe gerade Lust, weil ich eine bayerische Kartoffel gerade bin. Wenn du verstehst, was ich meine, Vitali. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen ins Russische abgedriftet. Ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht deswegen, weil Russisch einfach toll ist. Nach diesem Video möchte ich mich auf jeden Fall mal bei euch bedanken für das Zusehen. Nicht so wie beim ersten Video. Einfach ausblenden lassen, das ist langweilig. Und deswegen sage ich an dieser Stelle Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei den LOL Highlights. Tschüss!